... aus dem Windschatten raus jetzt auf die Wiener-Linie, Flüster-Triff beim Anbremsen, hinter den Atem, bei Wiener-Linzen-Kanada, und dann will der Geh vorbei, an der Zeit. Aber trotzdem schade, wollte gerade sagen, das ist hier 0,14 Sekunden, das ist der Herr Schlepp für mich, der ist da einfach dran, ich muss wegkommen, und dann zu Hause, ich bin jetzt mal geschehen, aber ich bin jetzt mal geschehen, und dann bin ich so ein paar Minuten, und dann bin ich so ein paar Minuten. Und dann bin ich so ein paar Minuten. Aber die sind ohne Klasse, wie die Italiener sagen, die sind weit wie man eine an der Hauptwelt. Martin, ich würde es jetzt alle sagen, die sind wieder schwerer, ich weiß gar nicht, weil der Leier kann mir so was schwerer, wie von Gottes, und Gott. Und dann bin ich so ein paar Minuten. und jetzt ist das ein paar Minuten, ich will es jetzt immer wieder anschauen, meeting the quest mode, die sind halt ein paar Minuten. Ich will jetzt nicht das hören, Ja, 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 das ist aber ganz ganz gut, es geht jetzt nicht mehr um den Schleswig-Holstein. Nein, nein, sie vorn schneller ist die beiden da vorne, es geht hier um die Ecke. Das ist ein Verschiegel, das ist der zu schnell, das war ein Artikel-Tor. Auch der Balljaja, schau, wie er macht, ich mache Ihnen alles zu, der schlägt im Dach. Der Kollege Martineta, der fährt ihn ins Hinterrad, toll, unfassbar, die Kunde beschleunigt, zum Nummerfeld machen. Kann er sich davon nehmen, sagt er sich, alles zu sauber, das ist ein schönes Kunde, das ist so ein bisschen. So ein bisschen mehr, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen. Halt mir an, was er hier in der 12-Wand der Grund machen kann, jetzt muss er an die Hälfte sein. Das ist gefährlich, beim rausfahren. Und jetzt noch mal in den Haftraum! 3-3! Mann, die gewünscht! Ja! Ein neuer 0,967 der Aktion. Und dafür jetzt selbstverbraucht. Wir haben auch geackert sein, weil wir einen gewinnigen Stützler haben. Und das ist die erste Sichtlinie. Und das ist die erste Sichtlinie. Es ist die erste Sichtlinie. Sie waren mit 15 Jahren in der Städte. Sie waren mit 10 Jahren in der Städte. Wir sind mit 15 Jahren, den sie waren mit 15 Jahren. Wir sind mit 19 Jahren im Ruf in den Städte. Die Städte von 18 Jahren im Ruf nicht! Und das ist die erste Sichtlinie, die wir im Ruf nicht machen! Das ist die erste Sichtlinie! Er ist unglaublich, er mag ich und mittlerweile macht er auch keine Fehler mehr. Seit 2 Jahren er hat er besser gekauft. Er hat er besser und er hat er besser und er hat er besser. Er hat einen Tag, es war es, der ihn noch einmal 2x3 hat, von 7 bis 9, und er hat ihn gesagt, ich fange nicht zu. Vielen Dank.